Und nun sehen Sie einen Abfallbehälter, der nicht nur super hygienisch ist, sondern auch pfiffig und schön aussieht. Da bin ich wieder. Und zwar mit ein bisschen Zukunft. Und zwar Zukunft in Form von Hygiene, in Form von Müllentsorgung, in Form von Design. Und zwar etwas anderes natürlich, da merkt man auch ein anderes Design natürlich. Das Einzige, was hier noch vergleichbar ist, liebe Zuschauer, ist vielleicht die Farbe. Da haben wir hier ein bisschen Grau, da ein bisschen Grau. Aber das hier, das sind so die Klassiker. Ein herkömmlichen Mülleimer, wenn wir natürlich Müll reinwerfen, was passiert da? Da wird es natürlich immer hier an dem Deckel immer schwarz. Was wir eigentlich mal sehr, also nicht beachten. Dann zeige ich mal kurz die technischen Sachen, was wir hier natürlich haben. Das Schöne daran ist, ich mache jetzt natürlich meinen Körper auf, damit ich mal zeigen kann, wie bei uns sowas natürlich funktioniert. So, nehme ich mal gerade mal ab. Das ist natürlich ein Weltpatent, was man natürlich erfunden hat. Ganz genau, damit es besser sieht. Unsere Mülltüte wird in dem Körper natürlich befestigt. Ganz einfach, das geht ganz leicht, indem man natürlich diesen Körper hier umklappen. Und? Es rastet schon von alleine ein, wenn man es natürlich hört. Ja, genau. Das heißt, dann sitzt ihr ja hier schon fest, liebe Zuschauer, sehen Sie das? Das heißt, hier kann der Müllbeutel eigentlich schon gar nicht mehr verschwinden. Das ist eine tolle Idee, aber das reicht uns noch lange nicht. Weil, wenn sie nun natürlich hier befestigt wird, kann trotzdem sein, dass wir in den Müll reinwerfen, dass es natürlich auch hier oben schwarz wird. Wir haben natürlich auch gerade eben gesagt, aber dann machen wir noch ganz eines. Wir haben natürlich auch verschiedene Modelle da. Ob es Cooler Monster ist, ob egal, das zeigen wir natürlich nachher nochmal. Und wenn es natürlich wieder einrastet, wie man es natürlich hier hört, dann ist es natürlich auch mal, äh, natürlich geruchsneutral. Ja, das heißt, wenn wir uns das jetzt genau anschauen, dann kann man hier jetzt Folgendes erkennen, liebe Zuschauer. So, ich halte Ihnen das mal rein. Der Müll passt fantastisch in so einen Beutel hinein, wird aber jetzt auch wirklich nur vom Beutel aufgenommen. Das sieht man diesen Eimer gar nicht an. Es ist so ein klassischer Tretmülleimer, ne? Ganz genau. Und das ist das, was witzig ist, nicht diese alten klappernden Dinger, sondern es ist wirklich ein Tretmülleimer. Und das ist ein ganz besonderer Gag hier. Achten Sie mal drauf, wenn ich diesen Tretmülleimer betätige, liebe Zuschauer, ich nehme meine Hand weg. Meine Hände sind hier. Der Mülleimer bleibt auf. Äh, Zeckern, jetzt haben wir das Ding fertig. Jetzt ist auch ein bisschen Müll drin. Wenn ich die jetzt rausziehe, wird die nächste Tüte gleich kommen. Ganz genau. Nur, dass Sie das mal sehen, liebe Zuschauer, da wird sie jetzt rauskommen, ja? Das heißt, wir würden dann in dem Moment hier abreißen, ist das richtig? Ganz genau. Das heißt, ich habe einen Rollbeutel und diesen Beutel schmeißen wir jetzt einfach weg. Und da wissen Sie, es ist für Sie überhaupt kein Problem. Sie dürfen jeden Müllbeutel verwenden. Das heißt, Sie müssen sich danach keine Gedanken machen. Die einzigen Gedanken, die Sie sich machen müssen, liebe Zuschauer, ist über das Design. Denn das ist eine Frage vom Geschmack. Alle Geräte haben dieselbe Technik. Haben die gleiche Technik und vom Design sind sie natürlich ein bisschen anders. Ob die Farbe, ne? Spiel auch keine Rolle. Hier habe ich noch ein Modell, liebe Zuschauer, für die Kinder. Unser Monster, ja? Das ist also auch eine Möglichkeit, Kinder in der Müllerziehung ein bisschen nach vorne zu bringen. Denn gerade hier macht es vielleicht auch Kindern Spaß, ein bisschen den Mülleimer für sich mal zu verwenden. Ihren eigenen Müll im Kinderzimmer wirklich auch selber zu entsorgen. Und wir machen uns bitte nichts vor, die Müllgeschichte, die Mülltrennung, das wissen wir alle, fängt eigentlich im Kindesalter mittlerweile schon an, dass wir alle wissen, wo gehört der Müll eigentlich hin. Finde ich eine witzige Sache. Aber jetzt kommt noch eine Geschichte ganz zum Schluss. Das darf ich Ihnen nicht vergessen vorzuenthalten. Das ist der Preis. Das ist der Preis. Das ist der� Enterprise. Das ist der Preis. Vielen Dank.